Da ist der Scheiße gerade gesetzt. Ob wir das schaffen, das Level? Ich bin mir unsicher. Hui. Da vorne uns. Aber wir sind eine Wahl. Nein, du isst uns nicht. Das Level ist gerade fail. Da haben wir unsere ganzen Loco-Roco-Freunde verloren. Nein. Mach mal nur. Das traurige Dasein des einzelnen Loco-Roco. Ja, ja. Das ist das Leben. Das passiert, ne? Oh, wow. Wir haben das Level geschafft mit einem Loco-Roco. Das ist wahrscheinlich so das schlechteste. Ja gut, das geht nicht schlechter. Ansonsten sind wir nämlich tot. Ja. Na ja, gut. Na ja, gut. Ne? Oh, das ist traurig. Das war nicht unser Level. Also, das war nicht mein Level. Oh, okay. Hier. 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 crib. Hier. Hier. Oh, cool. Oh, cool. Der blaue. Du hast deine Freunden gefunden! Der Blaue ist ganz cool. Der hat so eine elbische Stimme für den. Okay, warte, warte, ne, da, da. Scheiß drauf. Tanja? Falls jemand von euch Tanja heißt, der Blaue Loco singt von euch. Der klingt so krass nach deutschem Schlagersänger. Oh, da ist aber... Ich seh ihn doch. Wir kommen ja nicht durch. Oh, da unten. Da ist... Da ist ein Moimoi. Kommen wir da hin? Der Moja war doof. Hui! Hui! Ui! 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 Ja! Die Welt ist lustig. Ja, Sternchen! Moimoi, moimoi, moimoi! Das ist aber auch nicht mein Lieblingsloko. Muss ich mal wieder so sagen. Dann können wir eh nicht aufwecken, oder? Ne, können wir nicht. War klar. Ja! Ui! Die Stimme vom Blauen ist einfach so. Oh, da ist eine Beere! Da ist eine Beere! Die kriegen wir auch nicht. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. So. Da ist nämlich bestimmt was. Mist! Sind nicht fett genug. Sind nicht fett genug. Die können wir mit den Gelben spielen, weil... Die können noch nichts Verschiedenes. Das ist eigentlich echt nur das Aussehen so. Und den Pinken mag ich halt einfach nicht. Und... Aber der Blaue ist ganz okay. Ja. Ja. Ein riesiges Geschöpf! Was ist es diesmal? Ein Frosch. Sein Mann darf. Ne, einen Frosch hatten wir ja schon. Eine Schlange. Cool. Ne. Hä? Das soll eine Schlange sein? Das ist doch eher so eine Nacktschnecke, eine Eingekräuselte. Aber das war keine... Seit wann haben Schlangen so Augen? Egal. Künstlerische Freiheit und so. Mh. 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 Voll so rumgeschakt. Es ist Loko Roko. Bäre. 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 Ja. Ja. Ja, So. Ähm. Äh. So. Jetzt nie. Scheiße. Wilde Bäre. Wilde Bäre. Wcentered auf. Jetsa. Ha! Ha ha! The game thought it could trick me, but it can't. No, no. It can't. Bloß nicht. Äh, ja. Das ist, also in so einer Schlange sieht's ganz schön lustig aus. Mocha! 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 Ja, Mocha, Mocha kaputt. Mocha, Mocha kaputt. Weißt du. Oh je. Ja, wenn man atmet und sich an seine eigene Spucke verschluckt. Nuzi kann so was. Das kann sie sehr gut. Ja, toll. Sind wir denn nicht fett genug? Äh, hä! Oh! Oh! Oh!